Wir treffen uns mit Torgny Christenson in Karlskrona, Südschweden. Er ist erster Offizier bei der Küstenwache und war einer der ersten am Ort der Nord Stream Explosion auf schwedischer Seite. Das ist der Leuchtturm Utsklippan und hier unten sind die Nord Stream Pipelines. Wir hatten es mit Gas zu tun. Die Sicherheit der Besatzung hatte oberste Priorität. Aus acht Seemeilen Entfernungen sahen wir das Leck am Horizont. Strahlend weiß. Wir waren überrascht, es schon aus dieser Entfernung sehen zu können. Es war riesig. Das Wasser schoss bis zu 50 Meter hoch. Ich war vor allem um die Umwelt besorgt. Riesige Mengen Methan. Wie lange würde das weitergehen? Das ging mir durch den Kopf. Eine unglückliche Entwicklung. Traurig. Diese britische Marineeinheit war an der Planung und Durchführung eines Terroranschlags auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee am 26. September dieses Jahres beteiligt. Die absurde Behauptung von Präsident Putin, wir oder andere Verbündete seien verantwortlich, kommentiere ich nicht. Der wahrscheinlichste Verursacher ist das einzige Land, das davon profitiert. Russland. Der amerikanische Journalist Seymour Hersh schrieb, Amerika und Norwegen seien dafür verantwortlich. Die US-Regierung würde das nie zugeben, niemals. Das kann sie nicht. Deutsche Medien berichten, der Anschlag sei von einem Boot aus durchgeführt worden. Wie plausibel ist das Ganze, dass ein kleines Team von sechs Personen eine derart große Operation ausführt? Nach anonymen Quellen könnte jemand eine ukrainische Verbindung vortäuschen. Ich war 32 Jahre alt. Ich war ein kleinerer Offizier beim Geheimdienst der Royal Navy. 2018 ging ich in den Ruhestand. Um mich zu beschäftigen, suche ich nach russischen Schiffen und U-Booten. Dafür nutze ich das Internet und frei zugängliche Informationen. Und schnell merkte ich, wie viele geheime Informationen über russische Schiffsbewegungen und Aktivitäten diese Quellen liefern, wenn man weiß, wo man suchen muss. Ich bin wieder auf dem Weg zu unserer britischen Quellen. Er hat neue Informationen über Nord Stream. Als ich die Nachricht notierte, hatte ich keine Ahnung, wie wichtig sie werden würde. Das ist ein großes Rätsel, das alle lösen wollen. Und ich glaube, meine Daten können dazu beitragen. Seit zweieinhalb Jahren beobachte ich die Ostseeflotte. Das war das einzige Mal, dass ich diese Jungs in diesem Gebiet gesehen habe. Vor allem das Meeresforschungsschiff Sibir Yakov weckte mein Interesse. Es hat eine Kabeltrasse und ist ein bekanntes U-Boot-Begleitschiff. Über seine genaue Unterwassertauglichkeit ist nichts bekannt. Und das Wichtigste, es ist zur Unterwasserbeobachtung fähig. Für solche Einsätze könnte das Schiff bei Bedarf ein kleines Unterwasserfahrzeug einsetzen. Das wäre Routine. Das Schiff wäre dazu in der Lage. Das da ist ein Mechanismus, um Boote zu Wasser zu lassen. Und eine Infrastruktur für die Kabelverlegung ist bereits vorhanden. Die Sibir Yakov verließ den Hafen sehr früh am 1. Juni in Richtung Westen und verbrachte eineinhalb Tage an der Ostküste der Insel Gurgland. Wahrscheinlich begleitete sie das russische U-Boot Kronstadt durch den finnischen Meerbusen. Am Morgen des 3. Juni hörte ich das U-Boot auslaufen. Und wie? Funk. Die Sibir Yakov begleitete also das U-Boot, fuhr weiter nach Süden und nahm wie üblich Kontakt mit Kaliningrad auf. Am 10. Juni begann die Sibir Yakov mit Manövern, die mich stutzig machten. Sie kontaktierte ein anderes Schiff. Sehr ungewöhnlich. Ich vermute, dass die Sibir Yakov einen neuen Auftrag hatte. Sie verließ das Übungsgebiet. Sie befand sich südöstlich von Karlskrona und etwa 45 Seemeilen nordöstlich der Insel Bornholm, also in der Nähe des späteren nördlichen Explosionsortes. Im Laufe des Abends drehte sie wieder nach Osten ab. Ein sehr merkwürdiger Kurs. Am 14. und 15. Juni fuhr sie zwei Schleifen. Meine Hypothese? Sie führte eine langsame Operation über der Nord Stream Pipeline durch. Ich wollte herausfinden, ob es noch mehr verdächtige Aktivität gab und durchsuchte die älteren Funkdaten. Am 4. Juni verließ ein nicht identifiziertes Meeresforschungsschiff Lomonosov in Richtung Bornholm. Am Morgen des 7. Juni operierte es etwa 25 Seemeilen nordöstlich von Bornholm, sehr nah an den nördlichen Explosionsorten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Schiffe zur Erforschung des Meeresbodens im Abstand von sieben Tagen im späteren Explosionsgebiet von Nord Stream 2 operieren? Uns ist nicht bewusst, dass uns staatliche Medien, Trollfabriken und von Geheimdiensten gesteuerte Kanäle mit Desinformationen und falschen Geschichten bombardieren. Ich bin in London und treffe einen politischen Philosophen. Er klärt auf YouTube über russische Desinformation und Propaganda auf. Mein Name ist Vlad. Ich bin politischer Philosoph und lebe in London. Geboren wurde ich in der Sowjetunion. Die russische Desinformation und Propaganda will uns verunsichern. Wir sollen an unserer eigenen Wahrnehmung zweifeln und uns fragen, ob überhaupt noch etwas real ist. Früher verkaufte die sowjetische Propaganda eine alternative Realität. Das ist die Geschichte der Welt und der Menschheit. Sie ist wahr. Glaubt sie. Doch seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist die russische Propaganda viel postmoderner geworden. Es geht nicht mehr darum, zu überzeugen, sondern alles in Frage zu stellen. Eine Post-Wahrheit-Propaganda, der es egal ist, ob man sie glaubt. Sie sollen sich vielmehr von dem Gedanken verabschieden, dass man jemals die Wahrheit über wichtige Themen erfahren wird. Russland verbreitet Desinformation, damit die Bürger im Westen das Vertrauen in ihre politischen Institutionen verlieren. Und um sie daran zweifeln zu lassen, ob ihre politischen Institutionen legitim und überhaupt erhaltenswert sind. und es ist egal, ob sie mir hingegen sehen. Jesper! Hallo, lange her. Froher Tag des Sieges. Christus, воскресе! Ich dachte, wir machen dort das Interview und ein paar Fotos. Geht ganz schnell. Sie haben ja meine Updates gesehen. Bitte sagen Sie Ihren Namen. Anatoly Grieco. Angesichts der aktuellen Situation, wie politisch ist diese Feier? Wir sind unpolitisch. Heute gedenken wir den Kämpfern gegen Nazismus und Faschismus, die im Zweiten Weltkrieg starben. Jeder, der mit Russen zu tun hatte, kennt die mythischen Erzählungen über den Zweiten Weltkrieg oder den großen Vaterländischen Krieg. Es ist wahrscheinlich die einzige Erzählung, die das Ziel des putinschen Systems erklärt. Es ist der moralische Kampf gegen den Nazismus und das Erbe der Sowjetunion. Deshalb fällt dieser Begriff immer wieder, wenn man mit Russen spricht. Wir müssen die Lehren aus der Geschichte ziehen. Leider wollen viele, die von der wahnwitzigen Theorie der Exklusivität der Nazis besessen sind, diese wiederbeleben. An die Streitkräfte und Aufständischen in Donbass. Ihr kämpft für das Vaterland und seine Zukunft, damit niemand die Lehren des Zweiten Weltkriegs vergisst. Und damit Henker und Nazis keinen Platz auf der Welt haben. Alle politischen Gegner, die sich Moskau widersetzen, nennt man Nazis. Überall wird der Begriff Neonazis oder Nazis verwendet. Putin und Außenminister Lavrov tun das genau wie russische Beamten und staatliche Sender. Der Narzissmus ist überall. Das hat vollständig gefunden, alle städer gefunden. Herr Bette, ich habe einen Termin im Studio. Danke. Danke. Jesper Larsen, freiberuflicher Journalist und Medienkritiker. Willkommen. Gewinnen die Russen im Donbass? Ja, Russland hat den Krieg schon gewonnen. Die Fakten lassen keinen anderen Schluss zu. Egal wie viele Zivilisten Molotow-Cocktails werfen und Waffen tragen, das ändert nichts. Die Stadt Butcher, nördlich von Kiew, ist der Inbegriff der Invasion und des Sieges der russischen Truppen, die wieder vertrieben wurden. Russland begann mit aller Macht, darüber Desinformationen zu verbreiten. In Butcher habe es keine Übergriffe gegeben. Die Leichen, die nach dem Rückzug der russischen Truppen auf der Straße lagen, seien Schauspieler. Sie hätten sogar die Arme bewegt, als die Fotografen vorbeikamen. Das sei alles eine geschickte, manipulative Operation von Kiew gewesen. Und wenn man es schafft, dass sich die Leute fragen, war das nicht doch etwas merkwürdig, ob das wirklich nur Schauspieler waren? Allein die Diskussion darüber richtet Schaden an. Gab es in Butcher Vergewaltigungen und Morde an Zivilisten? Kann man nie ausschließen. Aber diese medial und ukrainisch inszenierte Anklage... Was glauben Sie? Ich glaube nicht. Aber natürlich sterben in Kriegen auch Zivilisten und das Geschehen Gräueltaten. Von russischen Soldaten? Ich glaube diese Geschichte nicht. Russland hat Butcher am 30. März verlassen. Vier Tage später hörten wir von den Leichen. Wer war es? Ich weiß es nicht. Gleich nach den Russen kam die Azov-Brigade. Die Hände der Toten waren mit weißen Bändern gefesselt. Die Russen haben das von Zivilisten verlangt als Zeichen, dass es keine Kämpfer waren. Man bräuchte russische Beeren, wenn man sie auf Arme verweisen, sind nicht kompetent. Die Däven waren in der Sitzung. Halten kam die Azov-Brigade. Die Däven waren in der KM flange auf dem Slavicfall. Damage kam die Azov-Brigade. Die Däven sind nicht weg. Kompetenten kam die Azov-Brigade. Waren das die Ukrainer? Ich will nicht urteilen, aber es sieht so aus. Jesper Larsen, freier Journalist und Medienkritiker, vielen Dank für Ihr Kommen. Wir haben Zugang zu einer behördlichen Software, mit der man Netzwerke kartieren und ihre Infrastruktur aufdecken kann. Man schafft zum Beispiel eine Einheit namens Jesper Larsen. Wir beobachten ihn seit einiger Zeit. Er ist Däne, bezeichnet sich selbst als Bürgerjournalist und verbreitet offensichtlich systematisch russische Desinformationen. Er hat eine Website. Hier oben kann man eine Domain einrichten. Seine ist e-pressen.com. Wir schauen mal, wo sie ist. Der Host ist sprinthost.ru. Die Website ist auf Dänisch, aber der Host ist in Russland. Dann versuchen wir, die IP-Adresse herauszufinden, die alle Websites haben. Drei der IP-Adressen sind in Russland. Bei Sprinthost kann man nur mit Rubel bezahlen und alles ist auf Russisch. Er ist im pro-russischen Fernsehen aufgetreten. Bei den Nachrichten über den Krieg bekam ich Angst, dass danach Warlords und Kriminelle den Donbass regieren. Aber von allen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wollte nur einer in die Ukraine zurück. Die Regierung scheint einen großartigen Job zu machen. Ich hoffe, Sie können diesen Prozess fortsetzen. Viel Glück. Ich danke unserem Gast. Das war eine Live-Übertragung von Der Pfad zur Wahrheit. Mein Name ist Natalia Sinjavskaya. Unser heutiger Gast war Jesper Larsen aus Dänemark. Ich war in England und James berichtet von erstaunlichen und verdächtigen russischen Marineaktivitäten in genau dem Gebiet, in dem Nord Stream explodiert ist. Das Chef, von dem James Nils erzählt hat, heißt Sibir Jakov. Bei der ersten Etappe legt es Anfang Juni in St. Petersburg ab und kommt in Gotland an. Dann, am 14. Juni, passiert etwas sehr Interessantes. Es macht einen großen Sprung. Nach hier drüben. Dann bremst es ab und fährt hin und her. Ein paar Monate später explodiert Nord Stream. Und außerdem, Frederik, unterbricht sie beim Sprung vom Einsatzgebiet zum Explosionsort die Kommunikation mit der regulären Einheit in Kaliningrad oder St. Petersburg und kommuniziert mit einem geheimen Empfänger. Wissen wir, was dieses Schiff offiziell ist? Ja, unseren Recherchen nach ist die Sibir Jakov ein russisches Marineschiff mit einigen Forschungskapazitäten, das aber auch für U-Boot-Tests eingesetzt wird. Bei neugebauten U-Booten, um sie zu unterstützen, um zu hören, ob sie richtig klingen und so weiter. Nach unseren Quellen kann sie ein Mini-U-Boot ins Meer absenken. War sie vorher schon einmal in diesem Gebiet? Unsere Quelle sagt, das war ihre erste Fahrt dorthin. Normalerweise hält sie sich nördlich von Gotland und zwischen Gotland und dem Baltikum auf. Wir haben viel Zeit damit verbracht, die Verbreitung russischer Desinformation in den sozialen Medien zu verfolgen. Wir haben einige Personen identifiziert, die sehr aktiv Desinformation verbreiten und an Demonstrationen teilnehmen. Eine aktuelle Demonstration müsste sie interessieren. Wir hoffen, die Einflussnetzwerke zeigen sich auch im realen Leben. Mads Pelzwick verbreitet eifrig, dass die USA unter falscher Flagge hinter den Explosionen in der Ostsee stecken. Und das geht ja alle zusammen. Egal, was wir über die explodierten Gasleitungen sagen, es war Putin. Aber wusstet ihr, dass die USA Nord Stream regelrecht hassen? Joe Biden hat selbst gesagt, dass sie diese Pipelines auf jeden Fall loswerden wollen. Aber nein, es war Putin. Warum lässt sich die Bevölkerung so belügen? Applaus für Kaspar Wagner. Es könnte nur die USA sein. Zwei Drittel der Weltbevölkerung, auch im Westen, glaubt, dass es Amerika war. Woher haben Sie Ihre Statistiken? Erhebungen auf der Grundlage von 18.000 Befragten. Die NATO hat seit 1945 viele Länder bombardiert. Die NATO hat nie Demokratie oder Frieden verbreitet. Niemals. Die LEG sind noch nicht ausreichend untersucht. Wie können Sie so sicher sein, dass es die NATO war? Vor wenigen Wochen hat sie bei Bornholm unter Wasserbombardierungsübungen durchgeführt. Ein deutliches Zeichen. Biden und Victoria Newland wollten, dass Nord Stream abgeschaltet wird. Das ist sie jetzt. Für wen arbeitest du? Den dänischen Rundfunk. Dann wird das hier wohl wieder nicht ausgestrahlt, weil ihr Fake News seid. Wir sind Fake News? Weil ihr die Dänen nicht darüber informiert, dass 15.000 russischsprachige Ukrainer von Nazis bombardiert wurden. So dafür seid ihr Fake News. Danke. 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 Sanktionen reichen den Angelsachsen nicht. Jetzt greifen sie zur Sabotage. Unglaublich, aber wahr. Detonationen an der Nord Stream Pipeline in der Ostsee. Auf russischen Regierungsplattformen erschien eine Reihe von Berichten. Polen stand hinter den Sabotage-Akten. Dann waren es Deutschland, die Litauer, die USA steckten dahinter und sogar die Ukraine. Nach kurzer Zeit fokussierten sie sich auf die USA und die CIA. Nord Stream ist in den Fake News-Gruppen geradezu explodiert. Mit Lichtgeschwindigkeit. Die Öffentlichkeit muss wissen, dass die USA für Nord Stream verantwortlich sind. Dänemark muss aus der NATO raus. Sie ist eine Terrororganisation. Kein Terror mehr. Es geht immer zu Lasten der Menschen. Seit 1945 haben die USA 30 Millionen Menschen in ihren Kriegen getötet. Verdammte Nazi-Schweine. Das war's. Ja, ich bin wütend. Die Menschen in diesen Netzwerken sehen sich nicht notwendigerweise als willige Sprachrohre des Kremls. Sie denken, dass sie ihre Informationen kritisch und umsichtig erworben haben. So funktioniert russische Propaganda. Man muss die Menschen nicht mit Kreml-freundlichen Botschaften füttern. Du kannst sie dazu bringen, sie freiwillig zu finden. Wir sind in St. Petersburg. Hinter mir die berühmte Trollfabrik. Hier arbeiten Dutzende Angestellte. Niemand weiß genau wie viele. Sie sollen positive Kommentare über Putin schreiben und falsche Informationen im Internet und in den sozialen Medien verbreiten. Mein Name ist Jessica Aro und ich bin eine ehemalige Journalistin für den finnischen Rundfunk. Ich habe 2014 von der Trollfabrik erfahren. Sehr mutige Journalisten hatten sie gefunden und infiltriert, indem sie dort Jobs annahmen. Sie erzählten mir, dass die Mitarbeiter sich selbst Trolle nennen. In Wirklichkeit werden sie aber dafür bezahlt, Putins Propaganda zu verbreiten. Guten Morgen. Arbeiten Sie hier? Wir sind finnische Journalisten. Wir dürfen nicht mit Ihnen reden. Wir sehen Mitarbeiter in den Zwanzigern. Sie erzählten uns, man suche Personen, die fließend Englisch sprechen, da Trollen auf internationalen Plattformen stattfindet. Trollen zielt nicht nur auf russisch sprechende Menschen ab. Die Trollfabrik war ein Unternehmen mit Sitz in St. Petersburg. Jahrelang wusste man im Westen nichts über die Fabrik und ihre Aktivitäten. Ihr Ziel war es, pro-russische Propaganda im Westen zu verbreiten und Chaos und Umruhe in den westlichen Ländern zu stiften. Noch nie in der Geschichte unseres Landes waren wir in einer Situation, in der ein Gegner, eine fremde Macht, so hart daran gearbeitet hat, den Ausgang einer Wahl zu beeinflussen. 2016 gab es bei den US-Wahlen eine Online-Desinformationskampagne. Mit der Absicht, bestimmte Seiten zu unterstützen und polarisierende Themen aufzubringen, die die Bürger bereits maximal spalten. In Wirklichkeit setzten sie einfach auf das Pferd, das das größte Chaos verursacht. Ich kenne Putin nicht. Er hat nette Dinge über mich gesagt. Wäre gut, wenn wir uns verstehen. Ich treffe einen der führenden Marine-Experten Europas, um seine Einschätzung über die Nord Stream-Daten unserer britischen Quelle zu hören. Ich nehme ihre Jacke. Zunächst möchte ich Sie bitten, das zu lesen. Das hier ist sehr aufschlussreich. Was? Das Schiff war genau in einem der Explosionsgebiete. Es ist schon sehr verdächtig, da dieses Schiff normalerweise nicht dort verkehrt. Okay. Möchten Sie die Daten dazu sehen? Ja, bitte. Es gibt zwei Besucher an der gleichen Stelle. Direkt über Nord Stream 2. Da ist Nord Stream 1. Dann fährt sie nach oben. Zwei Stunden später ist sie hier und fährt sehr langsam. Das erste Schiff kundschaftet diese Stelle aus. Und das zweite führt die Mission durch. Bis eben hatte ich diese Beweise noch nie gesehen. Hätten wir diese Informationen sofort gehabt, hätte sich ein ganz anderes Bild ergeben. Mindestens zwei Schiffe sind dort und verhalten sich ungewöhnlich, sogar verdächtig. Schwierig, eine andere Erklärung für ihre Präsenz zu finden. Um James' Positionen der russischen Schiffe zu bestätigen, sprechen wir mit KSAT, einem renommierten Unternehmen für Satellitenüberwachung. Wir wollen die Schiffe auf Satellitenbildern finden. Wir können solche Dark-Ships sichtbar machen. Sie erscheinen dann als weißer Punkt. Dieser Bereich. Diese Positionen wollen wir überprüfen. 9.50 Uhr. 9.50 Uhr. Abfahrt von Baltisk. Ich habe hier die Zahlen von Kronstadt. Elf Positionen von Kronstadt bis zur Ostsee. Können wir noch mehr Positionen überprüfen? Bestimmt. Wir waren eine Stunde bei KSAT, um die Positionen der britischen Quelle zu überprüfen. Wir bekommen eine Liste der Positionen, die auf den Satellitenbildern sind, damit wir das abgleichen können. Danach dürften wir Klarheit haben. Ich wollte herausfinden, wie Trolle die Menschen in den sozialen Medien beeinflussen. Also fragte ich Leute, ob russische Trolle sie angegriffen hätten. So begann meine Recherche. Auf Facebook wurde ich zur Zielscheibe von Hassgruppen. Sie wollten mir den Bauch aufschlitzen, im Park eine Bombe auf mich werfen, wenn ich mit dem Kinderwagen unterwegs war. Johann Beckmann ist finnischer Staatsbürger. Er war einer der Architekten der Hetzkampagne, die 2014 gegen mich gestartet wurde. Johann Beckmann war der offizielle Vertreter des RISI in Skandinavien. Das RISI ist Teil des Präsidialamtes und damit des Putin-Regimes. Das Institut hat seit jeher enge Verbindungen zum Geheimdienst SVR, der ebenfalls Teil des putinschen Staatsapparates ist. Okay, mach das gleichzeitig. Beckmann hat die russischen Medien absichtlich mit falschen Geschichten über mich gefüttert. Er hat unflätige Dinge über mich getwittert, mich in den sozialen Medien belästigt und ließ mich wissen, dass er mich ständig beobachtet. Leider enthielten die Artikel meine E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Und ich wurde mit Anrufen und Nachrichten bombardiert. Aber das war erst der Anfang. 2014 wurde ein Online-Magazin mit dem Titel M.W. Lehti ins Leben gerufen. Sie nahmen mich ins Visier und verbreiteten wilde und beunruhigende Fake News über mich. M.W. Lehti veröffentlichte einen Verleumdungsartikel mit einem Foto von mir. Die Schlagzeile lautete, Jessica Aro wegen Drogen verurteilt. Es stimmt, in meinen Zwanzigern habe ich Drogen genommen. Aber M.W. Lehti stellt es schlimmer dar und behauptete, ich sei eine Dealerin. Mit psychologischen Tricks wollten sie die Leute davon überzeugen, dass ich eine unglaubwürdige Drogensüchtige bin. Für die besten Lügen nimmt man ein Stück Wahrheit und mischt sie mit Lügen oder falschen Behauptungen. Wenn man daraus eine glaubwürdige Geschichte zusammenbastelt, ist es viel schwieriger, die Lüge zu erkennen. So verbreitet sich die Lüge. Sie bekommt den Anstrich von Wahrheit, ist aber in Wirklichkeit Propaganda. Eine sehr wirksame Verbreitungsmethode. M.W. Lehti hat genau das Gleiche getan wie die Trollfabrik in St. Petersburg. Es war fast so, als hätte M.W. Lehti das Drehbuch des Kremls benutzt. Vielleicht sollte ich verschwinden. Zu Hause bin ich nicht sicher. Die Trollfabrik in St. Petersburg. Die Trollfabrik in St. Petersburg. Der oberste Gerichtshof hat Johann Beckmann wegen Belästigung der Journalistin Jessica Aro zu 60 Tagen Haft auf Bewährung verurteilt. Die Anklage wegen Anstiftung zur üblen Nachrede wurde fallen gelassen. Bisher wurden vier Personen verurteilt. Entweder zu Bewährungs- oder Geldstrafen. Die Urteile sind im Großen und Ganzen zufriedenstellend. Ohne sie hätte der Journalismus in Finnland keine Zukunft. Wir haben ein Netzwerk von 152 Personen in Skandinavien identifiziert. Sie haben systematisch Desinformation verbreitet. Produziert oder verstärkt von russischen Medien. Es gibt einen Facebook-Post von Radio 24 Su. Hören wir mal rein. Das Problem ist, dass die verbliebenen ukrainischen Streitkräfte Nationalisten sind. Oder Nazis, wie wir sie nennen. Sie werden sich nicht ergeben. Wenn sie kapitulieren oder Zivilisten freilassen, wäre es nicht so schlimm. Die USA würden doch nie eine Infrastruktur für 10 Milliarden bombardieren. Das Netzwerk umfasst Personen aus der rechtsextremen bis linksextremen Friedensbewegung. Es hat auch Verbindungen zu russischen Medienorganisationen und in einigen Fällen zum russischen Geheimdienst. Jesper Larsens Beteiligung an Beckmanns YouTube-Kanal ist ein Beispiel für eine solche Verbindung. Hier ist das Helsinki Hybrid Threats Research Center. Ich bin Johann Beckmann und wir haben einen sehr interessanten Gast aus Dänemark. Investigativ-Journalist Jesper Larsen. Willkommen Jesper. Danke. Vielen Dank fürs Kommen. Wir sprechen über Zensur in der Europäischen Union. Beeinflussung ist immer eine Gefahr für eine demokratische Gesellschaft wie die dänische. Aber die Spionageabwehr ist keine Gedankenpolizei. Sie überwacht nicht die politischen Überzeugungen der Menschen. Wir greifen ein, wenn jemand absichtlich Nachrichten von einem ausländischen Geheimdienst verbreitet, um in Dänemark Zwietracht zu säen. Gelingt es einem ausländischen Nachrichtendienst, politische Zwietracht zu säen und neue Trennlinien in Dänemark zu schaffen, oder Gruppen dänischer Bürger gegeneinander auszuspielen, ist das eine Bedrohung für Dänemark. Jessica Aro ist heute bei uns. Im Sommer 2019 lud mich ein Ausschuss des Repräsentantenhauses ein, über die russischen Desinformationskampagnen zu sprechen und die Erkenntnisse, die ich recherchiert hatte. Sie müssen als das behandelt werden, was sie sind. Internationale, politisch motivierte, organisierte Kriminelle, die von Geheimdiensten und bezahlten Propagandisten geleitet werden. Sie wollen kein Geld, sondern ihr Denken einfangen und sie kontrollieren. Jeder von uns kann Opfer des russischen Informationskrieges werden. Man schützt die skandinavischen Bürger am besten, indem man offen über diese Kampagnen, ihre Techniken, Instrumente und Kanäle spricht. Skandinavien sollte die russische Desinformation fürchten. Russland glaubt, dieser Krieg könne nur gewonnen werden, wenn die westliche Demokratie untergeht. Die jüngste Geschichte der stabilsten und wohlhabendsten westlichen Demokratien lässt glauben, Demokratie sei wie Sonne und Sauerstoff. Dass sie morgen auch noch da ist. Und bei Problemen erholt sie sich von selbst. Das Auf und Ab eines natürlichen Verlaufs der Geschichte. Aber Demokratien sind wie Menschen. Sie können chronisch krank werden. Und sogar sterben. Das Ziel russischer Desinformation ist, dass wir Bürger uns gegenseitig als Feinde betrachten. Wir arbeiten jetzt seit fast drei Monaten an der Nord Stream-Geschichte. Die ganze Welt will wissen, wer es war und was passiert ist. Und wir haben vielleicht einzigartige Daten, die Aufschluss darüber geben können. Ich bin heute in Tromsø, um Experten für Satellitenaufnahmen zu treffen. Hoffentlich bestätigen sie die Informationen aus meinen Funkdaten, damit kein Raum für Spekulation bleibt. Meine größte Sorge ist, dass sie die Theorie unserer Quelle ablehnen. Aber wenn sie es nicht tun, ist das ein großer Schritt nach vorn. Tony wird uns unterstützen. Er soll es durchgehen, damit wir den besten Blick darauf haben. Wir haben 14 Bilder, die mit den Spuren der Schiffe übereinstimmen. Und einige hochauflösende optische Abbildungen der Betroffenen helfen. James, das war die Situation von vorhin. Wir haben vermutet, dass die Sibir Yakov Lomonosov verlassen hat, richtig? Ja, das wäre also der 30. Mai. Das Schiff sollte im Hafen liegen. Die Funkdaten deuten darauf hin, dass sie am Morgen des 1. Juni aufgebrochen sind. Das wäre der Tag vor der Abreise. Richtig. Wonach würden Sie also suchen, um die Sibir Yakov zu finden? Okay, dann schauen wir mal. Ein guter Anhaltspunkt ist ein großer Kran, den man am Bug sehen kann. Wie hier. Auf beiden Bildern. Der Bugmast ist auch ein sehr markantes Merkmal. Sehr hoch. Das sieht man auf diesen beiden Bildern. Einverstanden, Tony? Ja. Wir haben festgestellt, dass die Sibir Yakov von Lomonosov zur Insel Gokland fuhr und dann in dieses Gebiet. Die Funk- und Satellitendaten stimmen soweit überall. Ich habe zwei Schiffe gefunden, die sich nicht bewegten. Man sieht kein Kiel-Wasser. Dieses Schiff ist etwa drei Kilometer von diesem Explosionsort entfernt. Und dieses liegt praktisch über einem der Explosionsorte. K-Sat hat auf Satellitenbildern zwei Schiffe entdeckt, die ein paar Monate vor dem Angriff in der Nähe der späteren Explosionsorte waren. Die Satellitenbilder zeigen russische Schiffe an den Positionen, die James gefunden hat. Daraus können wir zwar nicht schließen, wer hinter den Explosionen steckt. Aber die Satellitenbilder und Funkdaten verorten die Schiffe dort, wo die Explosionen später stattgefunden haben. Nord Stream wurde von jemandem durchgeführt, der nicht damit rechnet, erwischt oder enttarnt zu werden. Das war der erste nachweisbare Fall eines Konflikts am Meeresboden. Hybride Kriegsführung zur Beeinflussung der internationalen Politik. Diese Tat spielt mit der Tatsache, dass niemand weiß, wer es getan hat. Und so füllen viele Menschen diese Lücke mit eigenen Theorien, Vorurteilen oder Vermutungen. Je mehr neutrale und direkte Informationen wir also haben, desto besser. Also, die Betrachtung wurde ausgedacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020